Warum liebe ich dieses Business seit über 23 Jahren? Die meisten Firmen müssen teure Werbung schalten. Werbung im Fernsehen, im Radio, im Internet, Plakatwerbung, Zeitschriftenwerbung. Überall siehst du Werbung. Teure Werbung. Hast du gewusst, dass auf die Produkte zwischen 30 und 70% Werbekosten kalkuliert sind? 30 bis 70%! Und diese Firma, dieses Business, mit dem ich seit 23 Jahren zusammenarbeite, macht keine Werbung. Diese Firma investiert das ganze Geld in die Menschen, die motiviert sind, diese Produkte an andere Menschen weiter zu empfehlen. Jetzt frage ich dich, was findest du besser? Das Geld in die Werbung zu investieren oder in die Menschen? Wenn jetzt dein Gefühl sagt, in die Menschen findest du besser, dann hast du auch die richtige Entscheidung getroffen zu diesem Business. Wie funktioniert das Geschäft? Da das Geld in die Menschen investiert wird, ergibt sich daraus ein Verdienstplan. Du hast in diesem Geschäft zwei Möglichkeiten, wie du damit Geld verdienen kannst. Die eine Möglichkeit ist, du kannst damit Kunden aufbauen. Kunden lieben es, bei uns zu bestellen. Denn bei uns ist die persönliche Beratung, dass Mensch zu Mensch Zeit sich zu nehmen für den Menschen, zuzuhören, wie kann ich dir helfen, welche Produkte passen am besten zu dir. Vertrauen aufbauen, das lieben unsere Kunden. Die Kunden können bei dir direkt bestellen oder über deinen Online-Shop. Egal wie, du hast ca. 40% an allen Produkten, du hast keine Bestellabnahme, keine Lagerhaltung, gar nichts. Du machst die Beratung und dann kommt der Umsatz zustande. Du verdienst Geld und hast auch glückliche Kunden. Das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, du kannst Business Coach werden. Als Business Coach bildest du andere Geschäftspartner aus, wie die das Geschäft machen. Sprich, du bildest sie aus im Produkt Mehrwerte, wie man sich Kunden aufbaut und so weiter. Dass die quasi lernen, wie das Geschäft funktioniert. Diese Geschäftspartner wickeln ihr ganzes Geschäft direkt mit dem Unternehmen ab. Bestellen dort, rechnen ab, das macht alles die Geschäftspartner mit dem Unternehmen selber. Das Unternehmen sagt aber, da du die gecoacht hast und immer wieder coacht, bekommst du dafür eine Coaching-Provision. Und zwar nicht einmalig, sondern immer. Du hast auch keine Gebietsbeschränkung. Das Unternehmen ist mittlerweile in 28 Länder vernetzt. Das heißt, dein Beziehungsnetzwerk kannst du in 28 Länder aufbauen. Und wenn du ein richtig guter Coach bist, dann kannst du weitere Coaches aufbauen. Also Train-to-Trainer. Und diese Coaches können auch wieder Netzwerke aufbauen. Und egal wie groß dein Netzwerk wird, ob das 5 sind, ob das 50, 500, 5000 werden, du bist immer an allen Netzwerken passiv beteiligt mit dem Coaching-Bonus. Wenn dich jetzt interessiert, warum ich die Produkte liebe, dann klick jetzt weiter. und dann klick jetzt weiter.